Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen speziellen Video und heute gibt es eine spezielle Version der Microfakten und ähm, wir werden immer sehr sehr viele Fakten zugesendet in dem Geheimdienst wach und einige davon sind total sinnlos äh, ja, und deswegen gibt es heute für euch die 5, 5 sinnlose Microfakten für euch von mir und ja, ich will die Nutzer nicht einbinden, weil ich möchte nicht die Person jetzt sehen, wie die Moven oder so ähm, deswegen hab ich die, äh, nahm einfach darüber mal, ich halt, ich seh' ich jetzt auch noch dunkel, ey ähm, gerne will ich sagen, es geht Dreck los Als erstes, wenn man Lava angelt, verbrennt der Köder und die Angel, das geht sehr schnell kaputt und das ist die erste sinnlose Fakt, der erste sinnlose Fakt heute und ja, äh, es ist wirklich so, ich gebe jetzt kurz viel bei dem Wort ähm, und ja, wenn man Lava äh, angelt, dann verbrennt der Köder und die Angel verbraucht sehr schnell ähm, das ist, ja, sehr sinnlos ähm, ja, irgendwie, das ist das Teufel zu sehen, das ist einfach einfach, ey wer zum Teufel war in Lava, da waren wir auch gewinnen wer angelt in Lava Versteh' ich nicht Als zweites, wenn man über Wasser ist und ganz klein ist und ganz klein ist und ganz klein ist auf dem Block steht und darauf fällt, dann kommen Wasserpartikel, wo man einfach nur auf dem Block gefallen ist und das zeige ich gerade mal ähm, wir sind jetzt hier auf, äh, äh, war es knapp und ja, tatsächlich, ähm, wir sind zwar eigentlich noch auf dem Block aber es gibt schon ein bisschen viel Wasser drin und dann kommt Wasserpartikel und es macht einfach keinen Sinn, es ist einfach es ist, es ist kein, es, also ich kann kein Foto machen, es ist einfach nur, statt Erdpartikel, Wasserpartikel, das ist irgendwie äh, ja, irgendwie ist es ziemlich... ich bin scheuer, dass wir so einen dritten Schritt zurückgehen ach, hier direkt Partikel, aber jetzt hier, so viel Wasser stehen dann komm, Wasserpartikel, und das ist ein sehr sinnloser Fakt Als drittes, wenn man ein Ei auf Gemälde wirft, dann gehen die kaputt und das ist auch für ein sehr sinnloser Fakt, und zwar, ja, stimmt, man kann Gemälde mit Eiern zerstören es ist einfach, ich weiß noch nicht, ey ähm, wer hilft mit Eiern auf Gemälde äh, facepalm, double facepalm, ne, aber nein ja, es stimmt, wenn wir nichts darauf werfen, dann bestimmt das tatsächlich es ist sinnlos wie sonst was so, oh, ich hab mich nicht betroffen, ja, und da und da und ja, man kann nicht, äh, ja, wieder zerstören und drücken, weiß ich naja, es ist, es ist, es ist nicht wahr, und jetzt geht mal wieder hin, würdet ihr sehen aber übrigens, was ich mir dachte, ich könnte hier mal die Mets in den Saumaut geben ähm, das wäre dann bei der 50. Folge, und dies in zwei Wochen ähm, so, ein bisschen Geschichte als Viertes, man kann den Ender Dragon in Peaceful spawnen und das ist auch ja ein sehr sinnloser Fakt, und zwar man kann, ja, tatsächlich den Ender Dragon in Peaceful spawnen und ich weiß nicht, wer sowas macht, einfach um Ender Dragon in Peaceful spawnen das ist, äh, etwas sinnlos, denn man sollte nicht wissen, dass der dringend immer im Umgas spawned aber, ja, das ist, ich hab auch wirklich ähm, wenn wir jetzt hier Summon und, äh, Dragon machen ja, tatsächlich wir sind im Peaceful, oh, das ist sogar noch gut auf ich hab jetzt noch, ähm, ich hab jetzt noch, ähm, aber, ja, wir sind hier im Peaceful-Modus jetzt auf andere Stellen ähm, oder immer mal jetzt auf die Stellen da spinnet er nicht und jetzt bin ich nochmal mit meiner mein DIA schwer, ich kann nicht das ist einfach nicht ey, Ender Dragon ich bin immer 70er schwer, was ist denn hier los? das ist ein wunderschön Ender Dragon defylt jetzt einfach ähm und jetzt holen wir noch ein krasser Feig und zwar ein ja, der spawned auch im superflach das heißt, ihr wollt hier zu schicken jetzt hab ich ihn verhandlung und, der spawned auch hier in der superflachwelt, ähm, kein Grundportal und, ja, das ist nur bei 050, hm, gut, dann gehen wir zur letzten Geschichte und die letzte Sache um noch mehr zugesendet, ähm, aber ich hab die 1.000€ verloren und zwar ich versende mir das auf Facebook, glaub ich, gesendet und da hab ich diese 1.000€ verloren, das heißt, ich kann jetzt noch ein einblenden ähm, aber ja, äh, der Fakt ist, ähm, wenn dann 440, 460 ist dann wird der Regen zu schnee und ähm, wird der Regen tatsächlich zu schnee oder? Es ist Reign oder? Es ist Reign oder? Es ist Reign Es ist Reign oder? Naja, ähm, es ist aber wahr, also der Regen wieder auf diese Höhe liegt, da ist es er ist ja nicht da Ich glaube, wie ist denn ein Tropfen? Der muss wohl ein Tropfen umgestellt oder so? So, da war es der Regen und dann vielleicht jetzt hier mal ein bisschen hochgehen dann ja, bitte oder eigentlich hat die sich zu? Ne und ja, das ist irgendwie ein bisschen, ja, komisch und ja, es ist plötzlich nur weil mein Survival-Mode einfach nicht hier hochkommt und ja, sonst bringt's auch ein Absolut gar nichts Ich weiß heute von dieser ähm, speziellen 5 Dinger ähm, meine Fakten-Folge gewesen ähm, sinnloser meine Fakten und wirklich sendet mir nur gute Fakten ein total sinnloser ähm, nicht gut das ist dann gewesen ähm, ja bis zum nächsten Mal